FOREVER Jo liebe Leute was geht aus der Onkzock hier am Stadt Aliyalöchen Heute will ich euch eine Solo-RP-Glitch-Methode zeigen Wie ihr ganz schnell RP sammeln könnt Und innerhalb ein paar Sekunden kassiert ihr schon 200 RP Und das könnt ihr ständig wiederholen wie es funktioniert Schaut einfach in die Videobeschreibung rein Dort habe ich einen Link reingeballert Und auch ebenfalls in den Kommentar werde ich den Link veröffentlicht Einfach drauf klicken und dann gelangt ihr auf Delimersion Falls ich das richtig ausgesprochen habe Falls nicht sorry Und ja dort gelangt ihr auf meine Seite wo das Video zu sehen ist Ja ich bedanke mich jetzt für eure Aufmerksamkeit